Verbotene Liebe wird Ihnen präsentiert von Maggi Schnellempfanne India Hey, was ist? Willst du nicht? Cécile Demarant? Das geht nicht. Warum nicht? Du hast doch noch gar nicht versucht. Tut mir leid, Judith. Es ist zu spät. Als uns beiden wird nichts mehr. Oh Gott, das tut mir so leid, Leonhard. Ich verstehe das nicht. Da muss irgendwas gewaltig schiefgelaufen sein. Das kann man wohl sagen. Wie konnte das denn passieren? Ich meine, das kann doch kein Zufall sein, dass ausgerechnet dieser Name da steht. Da hat sich wohl jemand einen ganz schlechten Scherz erlaubt. Tja, ich weiß nicht. Leider möchte ich fast sagen. Lass es lieber. Was denn? Ich finde das ausgesprochen lustig. Da bist du der Einzige. Ich habe Herr Mathe die Vorlage persönlich in die Hand gegeben. Und er wollte damit sofort zum Verlag. Das tut mir so leid. Ich hätte es mir vorher noch mal ansehen sollen. Das ist alles halb so wild. Das waren Missverständnisse. Dumm ist noch dazu, aber kein Beinbruch. Ich rufe morgen den Verlag an und erkläre ich das, okay? Aber ich bin in dich verliebt und ich dachte, du auch in mich. Das hätte dir ruhig früher einfallen können. Dann hätte ich mich nicht wochenlang zum Deppen gemacht und ich hätte mir mit Sicherheit auch die ein oder andere Abfuhr erspart. Ich weiß. Es tut mir leid, dass ich dich verletzt habe. Aber ich habe halt einfach eine Weile gebraucht, um zu merken, was ich will. Und ich will dich. Aber ich dich nicht mehr. Aber wenn wir beide ineinander verliebt sind, dann muss es doch möglich sein, dass... Verstehst du das denn nicht? Nein, tue ich nicht. Erklär es mir. Ich habe alles gesagt. Ich muss los, Judith. Nein, Davi. Das bedeutet für mich nicht, dass alles wieder okay ist. Immerhin hast du mit Mom gesprochen. Ich versuche lediglich, einigermaßen mit ihr klarzukommen, wenn wir aufeinandertreffen. Sie lässt sich ja auch kaum vermeiden, seitdem sie wieder bei euch wohnt. Wenigstens springst du ihr nicht mehr ins Gesicht, wenn sie Hallo zu dir sagt. Hey. Schöne Grüße von Olli. Danke. Wie geht es ihm auf Ibiza? Ja, so gut, dass ich gar keine Details wissen will. Aber er hat sich gewundert, dass du es schon so lange nicht mehr geblockt hast. Stimmt. Gibst du. Du arbeitest bestimmt schon an so einem rasend spannenden Eintrag und fallst nur noch an den Feinheiten. Na, im Moment habe ich der Welt eigentlich nichts mehr zu teilen. So. Hallo, meine Süße. Hallo. Meine Schwester hat nur was Besseres zu tun. Dieser Vorfall ist mir mehr als unangenehm. Das war allerdings nicht mein Fehler. Aber selbstverständlich übernehme ich die Verantwortung dafür. Ja, das will ich auch schwer hoffen. Wie konnte das denn überhaupt passieren? Das ist eine gute Frage. Ich habe nur eine Erklärung. Der Name Cécile de Marant ist so oft gefallen, vielleicht habe ich in der Druckerei kommuniziert. Aber ich habe Ihnen gesagt, die sollen die andere Druckvorlage nehmen. Diese Idioten drucken das auch noch ab. Warum wundert mich das eigentlich nicht wirklich? Alles, was ich will, ist eine schöne, normale Hochzeitsfeier. Warum ist das denn so schwer? Sie hätten mal sehen sollen, wie Leonard auf die Anzeige reagiert hat. Als ob er es nicht schon schwer genug hätte mit seiner Vergangenheit. Ich bin untröstlich. Herr Mathe, wo? Hey. Ich wollte dir doch nur eine Freude machen. Ach, Kleine, das ist doch nicht so schlimm. Aber ich... Psst, 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 psst. Komm her. Ja, und dann? Dann bin ich gegangen. Ach so. Hey, ich wusste einfach nicht mehr, was ich sagen sollte. Und außerdem, die Judith hat so geguckt, man, es hätte einfach nicht mehr lange gedauert. Da hätte ich sie in den Arm genommen und einfach nur... ...geküsst. Ja, 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 geküsst, genau. Aber so weit wollte ich es auf gar keinen Fall kommen lassen. Nee, nee, da bin ich lieber gegangen. Du, tut mir leid, aber... Kannst du mir mal sagen, was dein Problem ist? Ja, was denn wohl? Ich habe so lange Liebeskummer, ja, deswegen. Meinst du, ich habe Bock, mir noch mal eins reinwirken zu lassen? Judith hat sie für dich entschieden. Ja? Und ich denke mal, Judith ist mit Sicherheit nicht der Typ, der jemanden absichtlich wehtut, schon gar nicht, wenn sie verliebt ist. Kennst du sie so gut? Nee, nicht, aber... Ja, also, Judith ist wie ein Flummi und nicht nur, was ihre Gefühle angeht. Gestern war es damit, heute bin es ich. Ich habe keinen Bock zu warten, in den sie sich vielleicht mutter verliebt. Wenn jemand so wirklich denken würde, du hättest ja nicht gern die Chance, dich dazu zu äußern? Ja, klar, natürlich. Ja, und dir hätt Judith auch gern, ja? Nur sie hat ja nicht mal eine Ahnung, warum du ihr einen Kopf gegeben hast. Tut mir leid, das ist ein Anruf aus Nuss. Aber ich muss an. Mr. Driscoll, just a moment, please. Ja, blick mal drüber nach. So etwas wird nicht wieder vorkommen. Dafür werde ich höchstpersönlich sorgen. Ich habe schließlich einen Ruf zu verlieren. Ich möchte, dass sie glücklich und zufrieden sind. Dann kann ich mich darauf verlassen, dass sie sich um die Richtigstellung kümmern. Aber natürlich. Wegen der weiteren Planung werden wir uns mit ihnen in Verbindung setzen. Ich stehe ihnen zu Diensten und ich möchte mich noch mal in aller Form entschuldigen für den Fehler der Druckerei. Justus, würden Sie Herrn Mathe bitte zu seinem Wagen begleiten? Diese blöde Druckere, wie kann man denn sowas nur verwechseln? Ist doch wahr! Ich wollte dich damit überraschen. Ich wollte, dass du dich mit mir auf die Hochzeit freust. Das tue ich doch. Natürlich fand ich es im ersten Moment schlimm, aber ich verspreche dir wirklich nur im ersten Moment. Denn genau betrachtet gibt es dafür überhaupt keinen Grund. Es geht hier um etwas Druckerschwärze auf Zeit. Zeitungspapier. Mehr ist es nicht. Das stimmt schon. Einerseits, aber... Psst! Kein Aber. Ich will nichts mehr hören. Nur noch eins. Ich möchte, dass wir uns was versprechen. Und zwar, dass wir uns von nichts und niemandem unsere Hochzeit verderben lassen, okay? Worte. Wie bitte? Versprochen. Musik. 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 Musik.